Für mich gibt es ein Kopfgeld, aber da ich nicht überall zugleich sein kann, hat Wills of the Chaos noch einen Spielmodus rausgebracht, wo es im Kopfgeld geht. Den gucken wir uns jetzt mal an. In diesem Spielmodus gibt es Karten, die in den Commandedex drin waren. Es gibt zwölf verschiedene Karten, die verschiedene Begründungen haben, wann ihr euer Kopfgeld einlösen könnt. Aber die Regeln sind immer gleich. Die Regeln sind noch hinten auf den Karten aufgeschrieben, deswegen schauen wir uns die mal an. Bevor wir das Spiel beginnen, mischen wir mindestens sechs verschiedene Bounty-Karten ineinander. Wie gesagt, es gibt zwölf, das heißt, ihr könnt bis zu zwölf zusammenmischen, aber es müssen mindestens sechs sein. Immer wenn der startende Spieler seinen Zug beginnt, dreht er die oberste Karte des Bounty-Stapels mit diesen Karten hier um und dann gibt es darauf ein Kopfgeld. Das Kopfgeld bedeutet, ihr habt eine Aktion, die ihr machen müsst. Wir gucken uns die jetzt hier mal von Vera Beth-Hannier an. Hennifer. Die Hennifer. Zu Beginn des Endstaps, wenn der nächste Gegner zur rechten Schaden zugefügt hat, seitdem du dran warst, kriegst du den Reward. Was der Reward ist, kommen wir jetzt gleich zu. Erst haben wir allerdings den Punkt, dass wir eben, wie gesagt, den Reward claimen. Und immer wenn ein Zug beginnt und es kein Bounty gibt, also kein Kopfgeld gibt, die Karten heißen hier Bounty, wird die oberste Karte aufgedeckt. Das heißt, wenn ich vor euch dran bin und diese Karte einlöse und den Menschen oder die Person rechts neben mir gehauen habe und Kampfschaden zugefügt habe. Und diesen Bounty bekomme, der hier drauf liegt. Dann wird die Karte weggelegt. Wenn ihr dann aber dran seid, gibt es keine Bounty-Karte. Das heißt, ihr deckt die oberste Karte des Decks des Bountys auf. Das ist das Interessante daran, deshalb da habt ihr dann immer wieder weitere Aktionen. Wenn ich den Bounty nicht einlöse, also das nicht mache, die Person rechts von mir zu hauen, dann wird der Bounty erhöht. Also das Kopfgeld, das wird Bounty als Kopfgeld. Das wird erhöht. Beim ersten Mal, also wenn ich es in der Runde schaffe, in der die Karte rausgekommen ist, dann bekommt man einen Treasure-Token. Wenn ich die nicht erfülle, gebe die Runde weiter und ihr seid dran und ihr bekommt das Kopfgeld, dann bekommt ihr zwei Treasure-Token. Wenn ihr das auch nicht schafft und die dritte Person am Tisch, wenn wir zum Beispiel Commander spielen, löst das Kopfgeld ein, dann ist es so, dass er zwei Treasure-Token bekommt oder eine Karte ziehen darf. Wenn es allerdings auch die dritte Person nicht schafft, die Person rechts von sich zu hauen, was ja das Kopfgeld, wie gesagt, von Varabeth Hennifer ist, dann geht es noch weiter bis zum Maximum von vier. Und da ist es so, dass man zwei Treasure-Token bekommt und eine Karte ziehen darf. Das ist sehr, sehr, sehr mächtig und macht es auch sehr, sehr cool. Und irgendwann auch sehr begehrenswert, wenn man dann die Leute End-of-Turns haut und man kriegt noch End-of-Turns, zwei Treasure und eine Karte. Allerdings ist es nicht so impactful wie zum Beispiel die Sieges, also die Battles, die es gibt, die Kämpfe oder ich weiß gar nicht, wie sie in Deutsch heißen. Battles heißen sie halt auf Englisch, die es in Marsch der Maschinen, glaube ich, gab, wo man halt den Gegner irgendwie einen Battle gegeben hat, das dann angreifen musste. Und dann, sobald es gekommen ist, hat man irgendwie einen Bonus bekommen, das konnte man im Commander ja auch nutzen. Das hier hat leicht andere Regeln, ist ein sehr, sehr lustiger Modus. Und ja, wie gesagt, es gibt zwölf Karten dazu, die schauen wir uns jetzt noch an, wenn es euch interessiert, könnt ihr dranbleiben. Wir haben Arena the Wrecking Ball. She came in like a wrecking ball. Zu Beginn des End-Steps, wenn wir einen Crime committed haben. Also Crime bedeutet wirklich, dass jemand getargetet werden muss. Da muss auf der Karte Ziel eurer Wahl oder Target stehen, sonst ist es kein Crime. Das eine Karte, die sie kontrollieren oder sie selber oder eine Karte im Friedhof oder, oder, oder. Irgendwas. Also irgendwas muss gezielt werden. Wenn es nicht zielt, ist es kein Crime. Wenn es passiert, bekommt ihr das Bounty. Frankie the Fang. Zu Beginn des End-Steps, wenn ein Spieler Leben, äh, was? Wenn der Spieler mit den höchsten Leben oder die Spielerin mit den höchsten Leben Schaden zugefügt bekommen hat, dann kriegst du den Reward, die halt zu Beginn des Zuges die obersten, die die meisten Leben hatte. Die halt zu Beginn des Zuges die meisten Leben hatte. Manchmal muss man zwei-, dreimal lesen, was da passiert. Dann haben wir Goratash und Silas. Oh, Silas? Ist das, ist das? Ja, egal. Zu Beginn des End-Steps, ähm, immer wenn allen Gegnern Schaden zugefügt wurde, kriegst du den Reward. Lord Fajal. Zu Beginn des End-Steps, wenn eine Landkarte auf den Friedhof gelegt wurde von irgendwo hin, machen wir den Reward. Also in unseren Friedhof, das ist das Wichtige dabei. Dann Lysa Sterling Collector. Zu Beginn des End-Steps, wenn der Spieler mit den meisten Handkarten oder zumindest die Spielerin oder der Spieler, die gleich die meisten Anzahl haben, wenn wir beide vier haben, dann haben wir beide halt vier. Ähm, wenn die Schaden zugefügt bekommen hat, die Person, dann kriegen wir den Reward. Bounty. Bounty. Myron Tealerses Junior. Zu Beginn des End-Steps, wenn der nächste Gegner zur linken Schaden zugefügt bekommen hat. Wir hatten ja hier hinten mit, äh, der guten Hennepa zur rechten und meiner Tealers ist zur linken. Lustigerweise zielt sie auch nach rechts und diese Karte nach links. Das ist natürlich ganz witzig. Dann The Outsider. Zu Beginn des End-Steps, wenn ein Spell gecastet wurde, außer von der Hand. Also aus dem Friedhof, aus dem Exile oder sonst woher. Ähm, ist, glaube ich, im Commander sehr einfach zu machen, weil das bedeutet, ihr spielt einfach euren Commander. Dann Pau Fleeting Fulcher. Zu Beginn des End-Steps, wenn vier oder mehr Kartentypen im Friedhof sind, kriegen wir den Reward. Dann RZA Blades Lee. Wenn wir ein Instant Resorcery gespielt haben und mindestens zwei Instant Resorcerys im Friedhof hatten, noch zusätzlich dabei, ähm, collecten wir den Reward. Hm, auch nicht schlecht. Sleepy Zovak. Ähm, wenn man keinen Spell gecastet hat, kriegt man den Reward. Auch nicht schlecht. Und Squeakers the Sly, wenn man mit einer Legendary Kreatur angegriffen hat, und zwar nur mit der Legendary Kreatur kriegt man den Reward. Ja, das sind alle zwölf Bounty-Karten, die es aktuell gibt. Vielleicht bringt Wursar of the Coast irgendwann noch mal mehr. Ich glaub's allerdings nicht. Ist ein cooler Spielmodus, der macht auf jeden Fall Spocke. Ich hab den damals beim Pre-Release, beziehungsweise beim Release ein bisschen gezockt. Wir haben das mit dem Pre-Release ein bisschen kombiniert. Ähm, das war ganz witzig. Dementsprechend, also beim Late-Pre-Release. Ich war beim Pre-Release selber, war ich ja beim Kelso-Store. Aber halt beim Late-Pre-Release hab ich's ein bisschen gespielt. Ist ganz witzig, ist ganz cool. Es macht tatsächlich sehr viel Spaß. Mehr als ich zugeben möchte. Und es ist ein geiler Casual-Modus, den man wirklich mit allem möglich kombinieren kann. Ein Hinweis noch, das ist etwas, was wir damals falsch gespielt haben. Nur weil der Bounty eben hier offen liegt, und ich den nicht collectet hab, kommt dann kein zweiter Bounty. Und der ist dann auf 1 und der ist auf 2. Sondern es ist so lange liegt dieser Bounty, bis den jemand collectet. Und der geht halt hoch bis Stufe 4. Und wenn den niemand collectet, dann wird das Ding auch niemals weitergehen. Dieser kleine Hinweis noch. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr von solchen Game-Modes? Ich weiß, dass ich ganz, ganz viele Game-Modes vorgestellt hab. Ich hab damals die Mini-Games vorgestellt. Die wurden richtig schlecht angenommen. Ich bin gespannt, wie hier das Video angenommen wird. Ich hab Plane-Chase, alle Plane-Chase-Sachen gezeigt. Die seht ihr immer wieder da oben auch durchgehen. Da oben sind so Info-Points. Da könnt ihr mal draufklicken. Da sind alle anderen Game-Modes, die es in Magic gibt. Alle offiziellen. Ich habe jetzt immer noch alle offiziellen Game-Modes, die es gibt, immer noch auf diesem Channel abgebildet, wenn ich den hier mit reinnehme. Inklusive tatsächlich den Commander-Partys, die ich zum Teil abgedeckt habe. Da fehlen mir noch ein paar. Wenn da irgendein VPN-Store, zum Beispiel das von Wilds of a Drain, dieses kleine Büchlein hat, wo die Karten umgedreht werden, meldet euch bei mir. Oder wenn ihr das bei euch im VPN-Store gespielt habt, meldet euch vielleicht auch mal bei mir. Dann frag ich mal den Local Game Store an, ob das vielleicht eine Möglichkeit ist, dass ich das noch vorstelle. Und ja, vielleicht interessiert es euch. Habt ihr das schon gespielt? Ich meine, viele Leute werden ja diese Commander-Decks gekauft haben. Oder habt ihr die Karten einfach direkt in die Ecke geworfen und gesagt, ne, ne, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Mir reicht Commander und sonst nichts. Oder ja, schreibt mir mal in die Kommentare rein, was ihr von dem Game-Mode haltet, ob ihr ihn schon gespielt habt. Und wenn ihr mich bei solchen Videos unterstützen wollt, schaut doch mal einfach unten in der Videobeschreibung. Ich habe Instagram, Facebook, Twitter, alles Mögliche. Aber ich habe auch Patreon. Und bei Patreon unterstützen mich die Leute tatsächlich mit einem monetären Gegenwert jeden Monat. Und die machen halt so etwas wie diese Game-Modes hier möglich. Denn auch ich muss die Dinger mir kaufen. Ich kriege die auch nicht geschenkt hinterhergeboren. Wizard of the Coast oder sonst was. Und um euch die vorzustellen, um euch coole Videos zu machen, muss ich halt echt teilweise Geld ausgeben. Und das funktioniert sehr gut, dass die Patreon mich da unterstützen, dass ich das irgendwie kann. Ansonsten könnte ich das schon lange nicht mehr aufrechterhalten. Dementsprechend vielen Dank an meine Patreons. Wenn ihr vielleicht monatlich etwas abgeben wollt oder könnt, schaut mal Patreon vorbei. Ich glaube, ab drei Euro kann man was bei mir vorbei abgeben, jeden Monat, um mich ein bisschen zu unterstützen. Ansonsten Daumen nach oben, liken, abonnieren, der Mutter zeigen, dem coolen Bruder zeigen oder sonst was. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blexit. Ciao, ciao. Ciao.